Hallo aus dem Münsterland! In diesem Video möchte ich euch die Amano-Garnele vorstellen. Die Amano-Garnele Caridina Multidentata, auch japanische Süßwasser-Garnele, gehört zur Gattung Caridina und ist in der Aquaristik sehr beliebt. Diese Garnele stammt ursprünglich aus Zentraljapan und lebt dort in Flüssen und ist ein Allesfresser. Für frisch geschlüpfte Larven wird Meerwasser benötigt. In der Aquaristik ist die Caridina Multidentata vor allem durch den japanischen Aquarianer und Fotografen Takashi Amano bekannt geworden. Fünf bis sechs Zentimeter Körperlänge erreicht die japanische Süßwasser-Garnele. Die Männchen bleiben meist etwas kleiner. In Gruppen fühlen sich Amano-Garnele besonders wohl im Aquarium. Bei guter Haltung liegt die Lebenserwartung bei sechs Jahren und höher. Die Amanos können mit allen Zwerg-Garnele-Arten und auch mit friedlichen kleinen Zierfischen vergesellschaftet werden. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und wir sehen uns bald wieder.